Boom, so, und wir machen jetzt direkt wieder nochmal eine Runde Overwatch. Willkommen in Hollywood. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Und wieder hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir es mal mit Zenyatta probieren. Warum bekommt man dafür eigentlich nicht irgendwie mal den Nussknacker? Ne. Warum bekommt man für den nicht irgendwie mal, auch wie bei Ranglisten, dass man da besetzt die freien Stellen, da wieder irgendwie mal ein paar Credits oder so, ne? Das sollte doch schon gegeben sein. Weil alle wollen immer nur Schadenausteil da spielen. Immer D, 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 D. Keiner möchte heilen, supporten oder tanken und so, ne? Also gibt es mit Sicherheit auch welche, aber das ist eher selten. Von daher wäre das eigentlich sehr nice, wenn man da auch wieder zusätzlich Punkte bekommt. So, wie war das hier jetzt? Wo? Kommt der hier? Oh, der war doch schon down da. Wo kam das denn her? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich bräuchte etwas Heilung. Ich denke, also bin ich. Na ja, ich brauche Heilung. Die brauchen alle Heilung. Man rennt nicht ohne Heiler da rein, Mensch. Ich brauche Heilung. Ich bräuchte etwas Heilung. Schließt euch mir an. Mein Ultimate Land. Gut, mit dem bringt das jetzt im Moment nichts. Nehmen wir nochmal Moira. Wie in der letzten Runde auch. Gucken wir mal, ob wir damit hier wieder ein paar melken können. Heilung, Aktiv. Zähne zusammenbeißen. Hey, alles klar. Ich muss natürlich auch meine Mercy nehmen. Ich passe auf euch auf. Mir stirbt keiner weg. Der Jungle ist da hinten einfach rum so sinnlos. Alter, braucht das lange, bis es den hochgepusht hat. Ey, das ist ja Wahnsinn. tych mal sicher haben. Vielen Dank. 회 ner. höh. Nie게요. язы downwards. Alles klar ist das. Ja. 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 Das hat's ja von hinten passiert, der war richtig. Tja, wenn man da so alleine reinrennt, ne, dann sag ich jetzt mal nix zu. Oh Gott. Jetzt werden wir hier richtig gemolken, gerupft, geraspelt. Brigitte meldet sich zum Dienst. Oh, das war ein Fehler, das war ein Fehler, das war ein Fehler, da einfach so reinzurennen. Egal welchen man hier spielt, man kommt hier nicht wirklich voran. Sammelt euch bei mir. Hier drüben. Na, wie läuft's? Sammelt euch bei mir. Oh, das war's. Oh, das war's. Nein, 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 nein. Ich bin noch nicht fertig hier. Nee, ja. Und wo denn? Ach, da oben. Nein, 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 nein. Ich hab hier drüben, sammelt hier drüben. Sammelt euch bei mir. Ich brauche Heilung. Ich muss wohl einen Schutzengel haben. Hier drüben, sammelt euch bei mir. Ich hab hier drüben, sammelt euch bei mir. Oh Gott. Ach, Sniper auf dem Dach. Ja, du brauchst Heilung, das ist mir klar. Alle wollen Heilung. Also es geht, lasst uns gemeinsam was reißen. Das geht gut ab. Ja, ja. Wir fangen hier. Stimmat sich. Aus dem Absatz. Wieder runter. Das war eins an Fuhlin. Das geht nicht um die Wand. Keine. Zurück zum Absatz. Zurück zum Absatz. Du gehst nirgendwohin, jonge, nirgendwohin. Pushen, pushen, yes. Checkt das gar nicht. Ich hab die Alarm. Auf geht's. Da, das ist die. Jetzt wird's massiv. Eben. Jetzt wird's auf die Uhr. Nein, sie schieben rein, sie schieben rein. Wiederlage. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020